Die häufigste Ursache für Darmstörungen, für Durchfälle, sind zu schnelle Futterumstellungen. Dass bis heute ein Futtermittel verwendet wird, ab morgen ein ganz anderes. Das nächste Problem ist die zu schnelle Umstellung auf Weide, zu viel Gras auf einmal. Auch während der Sommerzeit, auch wenn da zwischendurch mal Pausen waren, dann wieder viele Stunden aufs Gras. Da sind die Darmbakterien, die Darmmikroben überhaupt nicht darauf eingestellt, es zu verarbeiten. Dadurch kommt es zu Durchfällen. Ursache für Durchfälle können natürlich auch Darminfektionen sein. Es gibt eine ganze Menge Viren, die direkt die Darmschleimhaut angreifen, dadurch natürlich die Funktion des Darmes sehr stark beeinträchtigen. Auch Bakterienstämme, die die normalen Darmbakterien verdrängen und dafür eben im Darm sich einnisten, verursachen unter Umständen Durchfälle. Natürlich unsere Parasiten, die regelmäßig bekämpft werden müssen, massiver Wurmbefall verursacht natürlich Durchfälle. Aber auch Pilzinfektionen sind beim Pferd gar nicht so selten, dass wir den Befund haben, dass sich Kandida-Pilze im Darm eingenistet haben und da auch Durchfälle verursachen können. Oder dieses Darmwasser, wie wir es oft nennen, dass normale geformte Kotballen kommen, aber dann im Abstand dazu so ein ganzer Schwupps braune Brühe hinterher. Das heißt auch, dass die Darmflora nicht in Ordnung ist, dass der Darm nicht ganz in Ordnung ist. Unter Umständen können Sekretionsstörungen der Bauchspeicheldrüse oder auch Verdauungsstörungen aufgrund einer Leberstörung Ursache für einen Durchfall sein. Daran muss man denken, das muss man eventuell mit einbeziehen. Ansonsten kommt es banal ganz häufig vor, dass gerade junge Pferde viel zu viel Salz fressen. Salz bindet Wasser im Körper, der Körper weiß überhaupt nicht, wohin damit und wir haben Durchfälle. Da muss ich schauen, wie sieht mein Salzleckstein aus, wie schnell wurde der gefressen. Und wenn das zu viel auf einmal ist, entsteht natürlich Durchfall. Ein Durchfall kann auch entstehen durch eine gute Vergiftung. Es gibt viele Substanzen, die für Pferde toxisch wirken, egal ob es sich um Pflanzen handelt, die wir immer wieder auf Koppeln finden. Das bedeutet, bei neuen Koppeln muss zunächst geschaut werden, welche Pflanzen wachsen dort überhaupt. Pferde fressen aber auch unter Umständen unterwegs beim Reiten, können sich so ganz schnell eine Vergiftung zuziehen. Ansonsten sind in unserer Umwelt so viele Giftstoffe vorhanden, egal ob es im Futter ist, ob es Pestizide, Fungizide, sonstige Stoffe sind, mit denen sie einfach konfrontiert werden. Und es kann dazu kommen, dass sie mit Durchfall auch gut darauf reagieren. Es gibt viele Giftpflanzen für Pferde. In Bezug auf Durchfall legen wir unser Augenmerk auf Heckenpflanzen. Wenn entlang der Koppel zum Beispiel Buchsbaum, Liguster, Thuja wächst, müssen wir darauf achten, dass die Pferde dort nicht hinkommen, dass sie nichts mitfressen können. Genauso, wenn größere Mengen von Sumpftotterblumen dort wachsen, Bingelkraut. Fingerhut ist sehr, sehr giftig, macht auch einen Durchfall, aber da reicht eine minimale Menge schon aus. Also einfach schauen, dass nur die Pflanzen darauf wachsen, die normalerweise zu einem Pferdekoppel gehören. Mein Pferd bewusst versorgt. Alle Informationen gibt's auch im Internet unter www.gladiatorplus.com 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 www.gladiatorplus.com